Willkommen zu einem neuen Spezial-Let's Play, heute mit dem Spiel von Google Halloween 2016, ein Spiel, das interessant wird, wir sind eine Katze und wurden bestohlen, und diese Katze hat magische Kräfte, ich habe das vorhin schon angepasst, deswegen, ich wusste gar nicht, dass das ein Spiel ist, aber ich dachte mir, komm, das kannst du doch mal machen, so, wir müssen jetzt natürlich die Fähigkeiten der Katze aussetzen und die Maus nach der Seite bewegen, bumm, sehr schön, Besiege ein Geist, in dem du seine Symbole irgendwo zeichnest, also es ist vollkommen egal, wo ich es zeige, auch hier, Hauptsache, er ist besiegt, Level 1, auf die Plätze, fertig, zeichnen, Sehr schön Alles klar, es gibt auch Geister, die mehrere Symbole haben, aber ich denke mal, das ist kein Problem, Aber es wird schwieriger Zack, zack, ich hau euch hier raus Zack Ah ja, der wird auch schneller Zack, komm, hau ab Hahaha Das war's da mit dir Sehr schön Interessantes Spiel auf jeden Fall Kann man mal so machen, würde ich mal sagen, warum nicht, ne? Zweites Level Auf die Plätze, fertig, zeichnen Oh, neues Symbol, ein Blitz Und wieder ein Blitz Oh, das ist ein bisschen schwieriger Aber hier muss man sich sehr konzentrieren Haut ab Aber das habe ich ja noch gar nicht gemacht gehabt, dieses hier Nur das erste Haut ab Sonst kommt die Katze Was ist das denn? Ach, das ist der Boss Haut ab Jawohl, auch den Boss aufs Level 2 besiegt Sehr schön Glückwunsch Was war der dritte jetzt? Ich habe da jetzt nicht genau geachtet Aber ich denke mal, wir werden es rausfinden, hoffentlich Es ist aber ziemlich schwer Auf die Plätze, fertig, zeichnen So soll es sein Haut ab So, es ist ein bisschen schwieriger, weil ich kann mich nicht alle auf einmal konzentrieren Ah, da bekommen alle ein Das ist gut, der Blitz Weiß ich für die Das nächste Mal bescheiden Und du kommst nicht so schnell hier an Hau ab Oh Nein, 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 nein Oh, ich hätte es ja eigentlich alle mit einem Blitz machen können Das ist nicht so schwierig Äh, nicht so einfach Wow Das war jetzt aber wirklich ein knappes Spielchen Was bist du denn, ein Komet? Oh, der kommt immer schneller Der wird immer schneller Ah, hau ab Und der scheint auch mehr Energie zu haben Nein Hau ab Damit habe ich ein Leben verloren Ah, das ist nicht so gut Aber der war jetzt auch nicht so einfach Was als nächstes sieht aus wie eine Banane Das kann doch keine Banane sein Level 4 Auf die Plätze Ich zeichne Das ist schwieriger Ah Boah Oh, wie knapp ist das Ganze hier Ich habe doch gezeichnet Ah Ja, ne Komm Noch mehr Boah Ist das knapp Oh Oh In der letzten Sekunde Aber ich glaube nicht, dass ich das jetzt noch saffe Oh Das ist schon krass hier Oh Ich habe es tatsächlich noch geschafft Krass, ey Oh, nein Aber der letzte Geist Der wird wahrscheinlich extrem schwer Ich glaube, ab jetzt wird es extrem schwierig Denn hier ist das Finale Aber ich war auch nicht saap Das ist die Frage Was? Was? Das ist ein Boss Ein richtiger Boss Aua Oh, hier muss man sich wirklich gut konzentrieren Nichts falsch machen Ja Noch geschafft Oh, hier muss man sich wirklich gut konzentrieren Oh, hier muss man sich gut konzentrieren Oh, hier muss man sich gut konzentrieren Ja gut Wird wahrscheinlich kein großer Highscore sein Aber ich bin damit zufrieden Dass ich es überhaupt so geschafft habe Ist ein cooles Spiel Kann man zur Zeit des Hallowins noch spielen Wer also Interesse hat Sollte sich davon nicht Von fern halten Wenn es euch gefallen hat Daumen, Zeigen, Kommentar, Feedback Wir sehen uns das nächste Mal Bei einem nächsten Spezial Vielleicht auch mal wieder ein cooles Google-Spiel Bis dahin Ciao Ciao